Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video, wie die meisten von euch wissen, ist mein zweites Hobby, das Fotografieren. Hier im Hintergrund seht ihr von meiner Facebook-Seite Wonderful Pictures, wo ihr natürlich gerne mal vorbeischauen könnt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und ja, wie ihr seht sind so meine Spezialitäten, so die Landschaftsfotografie und unter anderem auch Langzeitbelichtung, wie jetzt hier gerade im Hintergrund zu sehen ist. Ja, wie kam ich zu diesem Hobby? Es ist einfach so, ich habe mit einer kleinen Digitalkamera angefangen zu fotografieren und habe mich dann gesteigert und habe dann halt mit Ferienarbeit und so ein bisschen Geld verdient und habe mir dann davon eine Spiegelreflex gekauft und habe dann halt ein bisschen fortgeschrittener, sag ich mal, fotografiert. Und habe mir natürlich Tutorials auf YouTube angeguckt, wie man am besten Fotos macht damit und so, wie man zum Beispiel Langzeitbelichtungen macht und alles. Und nun habe ich dann halt gedacht, ja gut, dann machst du das weiter auf deiner schönen Facebook-Seite. Natürlich habe ich auch eine Website, die findet ihr auch unten dazu in der Beschreibung. Und schaut natürlich gerne mal vorbei. Unter anderem mache ich auch Zeitraffaufnahmen, die ihr jetzt im Anschluss dieses Videos noch sehen werdet. Jetzt folgen noch ein paar kleine Langzeitbelichtungen an Straßen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Interesse für diese Seite. Dann schaut gerne mal vorbei und lasst einen Daumen nach oben da. Den YouTube-Kanal findet ihr auch in der Beschreibung. Viel Spaß jetzt mit den Zeitraffaufnahmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.